Moin mir da und herzlich willkommen zurück zu Kaiso Mario Galaxy. Ich dachte gerade, das ist falsch und ich bin jetzt wirklich hier runtergefallen, ha? Nein! Nein, wie blöd. Ich habe voll vergessen, dass das da ist. Sonst wäre ich da nicht so runter. Ha! Aber wir kommen ja trotzdem wieder auf. Ich habe länger nicht gespielt. Ich habe viel Splatoon gespielt. Wenig Galaxy. Aber ist okay. So. Wir spielen mal wieder weiter hier an der Stelle. Okay, jetzt mit Sprung. Als ob! Ja, nicht mit mir. Nicht mit mir, Freundchen. Warum kriegt er diesen blöden Sprung nicht hin mehr? Meine Güte. Ist doch nicht so schwierig. Das war mir jetzt zu gruselig. So. Als ob, ey. Meine Güte, ist gut, ist gut. Wir kriegen das hin. So, wir waren hier fertig. Das haben wir nicht gemacht. Das haben wir auch nicht gemacht. Kanonflotte. Ja, machen wir da doch weiter. Mal schauen, was wir schaffen, was wir noch machen müssen. Ähm. Hier war dieses... Nee. Ich weiß ja nicht. War hier nicht Bombenzeug? Erstmal die Rache des Begumanenstammes. Das sind die da. Das wird jetzt nicht das Problem sein, denke ich mal. Die. Hm. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe aber länger nicht gespielt. Also mal schauen, wie viel ich schaffe. Vier Sterne ist auf jeden Fall immer wieder das, was wir hier erreichen wollen. Vier Sterne ist mein... Das klappt doch. Okay, das klappt anscheinend. So, und hier müssen wir die so hier reinballern, ne? Das ist auch nicht so schwierig. Zack. Du. Zack. Ah, das war's schon. Okay, zwei Stück nur. Das geht... Uh. Hello. Uh, danke. Ist die Abkürzung? Ist immer noch keine Abkürzung. Ihr labert immer eine Scheiße. Nie ist das eine Abkürzung. Ist euch das mal aufgefallen? So, hier. Ja, gut. Hier ist so ein... Na, dann drück ich das mal. Ah. Damit hab ich nicht gerechnet. Damit hab ich überhaupt nicht gerechnet. Einfach... Ja. Einfach Sternteile. Ach. Nervig. Kann ich so machen hier. Genau. Ja. Bis jetzt kein Ding. Uh, das könnte aber eklig werden. Das war immer... Keiner widerlich. Oh, ja, komm. Hilfe. Als ob! Irgendwie haben die es immer ganz gut geschafft. Einen so richtig... Oh Gott. Nein. Nein. Aua. Das tat weh. Das muss weh getan haben. Naja. Ja, das war immer ätzend. Das war immer ätzend. Das muss ich so sagen. Also schon im originalen Spiel war das ätzend. Weil... Die haben das irgendwie mal ganz gut abgetimt. Ich weiß auch nicht, wieso. Die haben das immer geschafft. Perfekt... Getimt... ...zu nerven. Ja. Was? Ach, da war diese... Ah. Jetzt weiß ich, was da war. Okay. Alles gut. Da war so eine Bombe, ne? Wahrscheinlich. Man kann hier einfach so durch. Das ist ja nett. Oh lol. What? Wusstet ihr, dass das geht? Warte. Kann man hier so ein... Ah, das ist sehr interessant. Das wusste ich nicht. So kann man da bestimmt hin, oder? Man macht so... Und dann... Nein! Naja, ist egal. Aber so, glaube ich, kommt man da schon lang. Wo ich jetzt... Huch, was passiert da gerade? Oh, mein Rücken! Sorry, so sah das gerade aus. Ich möchte mich nicht über... Leute mit einem gebrechlichen Rücken lustig machen. Warum geht denn das nicht? Es muss doch funktionieren, ey. Was? Hä, da war nichts. Da war... Diesmal war da wirklich nichts. Was zur Hölle? Was ist das? Ich sterbe da einfach. Da war ja gerade gar nichts. Da war keine Bombe. Ich bin einfach gestorben. Das ist ja schon wieder top hier. Lieben wir. Finden wir super. Wieso macht ihr da nichts? Ich verstehe es nicht. Wo ist das Problem? Ja, danke, ey. Junge, Junge. Der hat wirklich... Ich bin gerade so lang gerade geflogen. Das war krass. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Aber ich so ein... Normalerweise... Ja, hätte das gar nicht funktionieren sollen. Also der hätte die... Der hätte das irgendwie nicht... Gar nicht machen können. Darf ich kurz sagen, das... Ich fand immer das... Der Teil der Stage sah immer ein bisschen... Scheiß auf. Kann sich anders sagen. Ein bisschen... Lieblos. Aber... Keine Ahnung. So, ich brauche eine. Super. Versuch dir mal alle zu killen hier. Vielleicht... Passiert dann ja was. Oh, ne. Da ist ein Okua. Seit wann ist der da denn? Oh, nett. Münzchen. Okay, gut gebrauchen tatsächlich. Oh. Ich dachte, irgendwie da kann man drauf stehen. Naja. Was ist in der großen Kiste? Viele... Sternenteile. Okay. Ja, wir müssen da ganz hinten hin. Das ist ja wohl klar. Klar wie Kloßbrühe. Ich habe mich gerade ganz unschön hingestellt. So. Na gut. Schaffen wir das? Das ist jetzt die Frage, wa? Also ich meine, im Endeffekt... Wenn wir gut zielen... Können wir auch so machen. Hä? Was? Was ist los heute? Was zur Hölle? Oh. Okay. Da ist doch... Nein. Oh, es war doch hier. Hm, okay. Ja. I remember. Mhm. Okay. Folgendes. Das war scheiße. Kacke. Und... Nochmal scheiße. Na komm. Und das war tatsächlich ganz gut. Warte. Oh ja, das wird nix. Das wird nix. Die Bombe wird nicht explodieren. Die brauchen ungefähr 10 Sekunden dafür. Boah. Aber so knapp. So knapp. Ähm. Ja, möchte. Ich möchte helfen. Okay. Ja, aber ich meine an sich... Müssen die einfach schnell... Anmachen. Ist die Frage, ob das vielleicht hilft. Also wartet. Na. Ne. Jetzt hab ich verkackt. Definitiv verkackt. So, aber ihr seht. Jetzt könnte man die dritte... Jetzt könnte man die dritte Ladung nochmal mit anmachen. So. Und die wird jetzt wahrscheinlich auch noch explodieren. Naja. So. Hätte ich jetzt nur genug... Angemacht. Dann wäre es okay gewesen. Aber so müssen wir das machen. Also man muss auf jeden Fall... Alle drei so schnell wie möglich anzünden. Damit die nächsten halt spawnen. Das auf jeden Fall. Ah. Nein. Jetzt explodiert die schon viel zu früh. Shit. Oh mein Gott. Das ist noch explodiert. Aber es hat nicht den Müll gekillt. Es hätte nicht gegolten. Ich weiß es nicht. Fick mich zu langsam, Schmierer gewesen. Nein. Zu langsam. Zehn Sekunden. Niemals. Und die hat das da oben nicht mitgenommen. Willst du mich verarschen? Hm. Das könnte... Das hätte jetzt... Das hätte tatsächlich wahrscheinlich gereicht. Aber ich werde hier nicht alles killen können. Das würde niemals hier alles davon wegmachen. Da oben habe ich auch nicht vergessen. Aber ja. Jetzt ist es kaputt gegangen. Schade, schade. Oh Gott. Das wird so knapp. Nein. Als ob der den nicht mitgenommen hat. Oh nein. Ja. Jetzt wird es nicht mehr knapp. Hätte auch nicht gereicht. Scheiße, ey. Oh holla, die Waldfee. Das ist der Quick Grab. Ich habe es gerade gesehen. Habt ihr es auch gesehen? So schnell wie auch noch nie. Fast Spawn. Der hier wird nur leider nicht... Sadly. Das ist deswegen jetzt nicht klappen. Alter, aber da habe ich ja comfortably noch ein bisschen Zeit. Das sollte eigentlich passen. Okay, ich war zum Schluss ein bisschen scheiße. Deswegen wird die hier nicht explodieren. Ziemlich sicher. Aber. Trotzdem. Das war ja mal deutlich besser als alles andere bis jetzt. Also dieser Long Jump in die Bomben kann mir echt helfen. Weil dadurch das Gefühl, Mario nimmt die Bombe dadurch so viel schneller. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ja. Nicht so. Können wir das abbrechen? Nein? Hey, er steht da wie so... Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach. Ha. Das geht. Interessant. Das wusste ich nicht. Okay. Nein! Oh, der eine ist so eine Explosion doch übrig geblieben. Ich kotze. Ich raste aus. I am rast Ding aus, ey. Das ist unglaublich. Das ist nicht wahr. Hätte ich den weiter nach rechts ballern müssen, oder? Boah, ey. Was ist ein unlucky Bullshit. Das ist ja echt unglaublich. Oh, das könnte es sein, ne? Please. Please. Ja! Ich habe es. Sehr schön. Nice! Ja, der Longjump war es. Der Longjump war es. Und kann viel schneller Bomben grabben. Krass. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass es das einfach so einfach ist im Endeffekt. Lustig. Okay. Und ein bisschen rearrange, nachdem man die aufgenommen hat, weil die dann... Weil die so lange blinken, ist unglaublich. Viel zu lang. Naja. Ähm. Wisst ihr was? Ich muss jetzt diesen blöden Weg nochmal machen, also. Bis gleich. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen näher ran hier. Ja. Wird doch. Vorhin hat das eben nicht geklappt, ey. Keine Ahnung. Naja. Ich sehe schon wieder, was der Boss hier ist. Ich denke mal, wir dürfen uns, glaube ich, wieder auf einen Risikokometen einstellen, oder? Keine Ahnung. Das ist die Frage. Na toll. Musstest du erst die beiden Münzen einsammeln und dann da reinrennen, hättest du das nicht andersrum machen können. Oha. Das ist natürlich auch interessant. Wir sehen eine dezent kleinere Plattform. Wie soll man von denen sich treffen lassen? Das ist auch jetzt keine... Oh. Oh, doch, doch. So. Na. Hm. Okay. Das wird natürlich interessant. Aber cool. Cooler Boss, würde ich behaupten. Nein. Oh Gott. Huf. Oh Gott. Ich dachte gerade, ich dachte gerade, jetzt ist... Jetzt kann ich nicht mehr hier raus, oder sowas, ey. Alles gut. So, einer ist weg. Nein, du musst auch weg. Ah. Na, komm. Nein. Ja. Okay. Ich glaube auch, jetzt seine Gefährten sind weg. Nein. Shit. Aber wenn man die einmal weg hat, sind die auch weg bis zur dritten Phase. Also. Ja. Oha. Okay, das ist natürlich powerful. Man kann. Na. Man kann einen von denen auf jeden Fall so weg... ...dönern. Mit einem... ...mit einem Stern-Teil. Das ist cool. So, kannst du bitte auch irgendwie... ...dich verpissen? ...dich verpissen. Wieso der mich denn getroffen hat gerade? Jetzt. So, jetzt ist der weg. Jetzt hat man hier schon mal nix mehr... ...was nervt. Das heißt, man kann sich halt... ...schon mal vernünftig um den hier kümmern. Oh nein. What? Was? Mann, warum ist dieser Boss so scheiße? Komm. Was? Jetzt bin ich wieder tot, weil dieses Drecksspiel scheiße ist. Mann, warum kann man ihn so... ...da können wir treffen. Was war das denn? Mann, das nervt mich voll. So. Okay. Das Ding ist, jetzt kommen ja neue von den Viechern. Aber wir bekommen auch neue Stern-Teile. Das ist ein ganz nettes Feature hier. Also müssen wir das eigentlich nur... ...wirklich... ...drei... ...mal jeweils machen. Zack. Den weg. Jetzt wieder innen hier. Wollte gerade sagen, das sollte eigentlich... ...soll das eigentlich gewesen sein. So. Und jetzt noch einmal. Junge. Zack. Und jetzt haben wir es. Schön. Ich freue mich auf den Risikokometen. Okay. Zack. Wo ich immer diesen tollen Sprung wieder... ...immer und wieder und wieder machen kann, ey. Oh. Nee, so. So hat es doch geklappt, ey. Halleluja, ey. Okay. Zwei Sterne in einer Stunde. Kann man machen. Zwei gute Sterne, würde ich behaupten. Waren doch gute Sterne. Okay. Na dann, lass weitermachen. Was gibt's als nächstes? Nichts. Bin durch? Das finde ich interessant. Damit habe ich jetzt nicht gerne... Okay, dann machen wir doch... ...mysteriöser Kreis. Uh. Mysteriös und kreisig. Normalerweise ist das schlau, den zu machen. Irgendwie nicht. Na. Eigentlich nicht. Na. Wisst ihr was? Das macht eigentlich keinen Sinn. Das machen wir beim nächsten Mal. Ähm. Wir machen jetzt erstmal... Wir fangen jetzt hier mit an. Machen Feuereruption. Und dann können wir beim nächsten Mal... ...so auch so zwei Galaxien... ...so ein bisschen machen. Ein bisschen Abwechslung. Sonst hätten wir jetzt... ...drei. Weil ich glaube, dieses... ...Funzelgedöns... ...ist nur ein Stern. Das heißt, mit Feuereruption... ...hätten wir eh anfangen müssen. Okay. Versteht ihr, was ich meine? Macht das in irgendeiner Form Sinn? Ja, oder? Ich finde schon... Warum sind da... Okay. Weird. Ein bisschen Angst. Da waren... ...blaue Sternteile. Und ich frage mich, wieso. Aber die Galaxie ist ja mal mega, oder? Ist doch die Banger-Galaxie des Todes. So, kommt man hier irgendwie hoch? Kann halt sein. Aber irgendwie... Ah. Tatsache. Und da aber nicht mehr. Okay. Nö, ist okay. Ich... Ich... ...verstehe das. Fragezeichen? Ich verstehe es überhaupt nicht. Aber müssen wir denn da so hoch? Wir auch nicht. Ich sehe auf jeden Fall nicht den Grund, warum. Noch nicht. Kommt wahrscheinlich gleich. So. Na ja, dann schauen wir mal, was das hier macht. Aha. Okay. Ja. Also man muss... Warte, ja. Komm, ich bin mir aber um. Ist egal. Also man muss da so hoch... ...cringen. Who cares? Von mir aus. Also die Frage ist... Ah, okay. Kann ich nicht auch einfach... Oh, guck mal. Ich versuche es einfach so rum. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ja. Genau. Es geht immer darum, äh, in dem Moment... Ja. Das ist doch schön. Nein. Wenn man so ankommt... ...äh, den Stick in die Richtung des... ...ja, nach vorne zu halten. Weil sonst passiert nämlich das. Und das wollen wir nicht. Hm. Kai so Mario Galaxy, meine Freunde. In seiner Reihenform. Gott, ist das ein dreckiges Spiel. Wer hat sich das nochmal ausgedacht? Warum spielen wir das nochmal? Ich versuche es jetzt immer so. Aber so ist halt immer ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl. So die... Oh. Das so zu halten, sage ich mal. Die richtige... Die richtige Bahn zu halten. Either way, the fucking most boring and stupid shit ever. Nein. Oh, es ist so schwer. Oh, es ist so schwer. Ich muss so präzise Sprünge machen. Ich muss so präzise Dinge machen. Junge, kotzt mich so an. Ich verstehe das nicht. Zehnmal das Gleiche. Echt. Na, ich muss sagen, ja klar. So der erste Kai so... Der erste schwere Galaxy Hack gewesen. Aber jetzt ist es auch ohne Spaß, ne? Findet ihr den gut? Weil ich denke mir immer... Ja. Sehr richtig toll gemacht, Leute. Ich bin so stolz auf euch. Ja, ja. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm, oder? Ne. Sollte man eigentlich wieder rauskommen. Ist jetzt die Frage, ob man auch jetzt wieder rauskommt. Sieht aber gut aus. Dann ist ja egal. Dann kommen wir nämlich auch da hin. Sehr schön. Oh. Eieiei. Du. Hier. 80? 115. Okay. Aber dann war ich doch... Ich habe am Anfang Sternteile gesammelt, ja. Das weiß ich auch warum. War wichtig. Ah, da sind aber auch noch welche, wa? Äh. Jetzt bin ich ein bisschen im Arsch, Fragezeichen. Ja. Okay. Ich starte wieder unten, oder? Ich starte nicht unten, oder? Olla, die Waldfee. Alles klar. Äh. Fragezeichen. Fragezeichen in meinem Kopf. What? Ja. Ne? Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Wie kommentiert man sowas? Ja, ich habe keine Kontrolle über irgendwas. So, komm. Ja, leck mich am Arsch. Ja, haha. Lustig. Kaizo. So ist es Kaizo übrigens. Kaizo ist, wenn man... Keine Ahnung. Nicht weiß, was man tun kann. Und das weiß ich auch nicht. Oh. Ich bin erreicht. Cool. Junge, warum? Wieso? Lass sowas. Mach sowas nicht. Ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich werde safe getroffen, ja. Nein, nicht. Diese Sterne. Diese Sterne. Oha. Das war ja krass, Gott. Na, komm. Gib mir gleich ein Safe Point wenigstens. Please? Oder muss ich da so rein? Muss ich da irgendwas tun? Nee, ne? Ist das schon okay so. Dass ich hier jetzt reingehe, ist okay. Ja, da kommt doch gleich ein Checkpoint, oder? Ja. Hier auf jeden Fall. Jetzt dürfen wir uns auch nicht die Leben ausgehen. Muss man ja auch einmal sagen. Wenn uns die Leben ausgehen, wäre das blöd. Okay. Das war jetzt nicht das Problem. Und hier ist ja auch schon der Stern, ne? Ist die Frage, warum müssen wir die blauen... Die müssen wir bestimmt sammeln. Ich bin mir sicher, tatsächlich. Dass wir die sammeln müssen. Äh, but the why? And where do we start? Geht das unter? Ja, ne? Das geht unter. Okay, Kinder. Mario, rennen! Ist zur Hölle, Mario! Geht runter und... Ihnen juckt's gar nicht. Und da ist eins. Hä? Ist das Absicht? Da ist nichts. Wer scheiß, muss ich denn lang? Das war ja offenkundig falsch. Ne, da oben. Ah. Naja, das macht Sinn. Da oben hätte ich lang. Ne, ich glaube, da bin ich mir falsch gegangen. Das war jetzt, glaube ich, nicht der Weg. Hm. Ja, wo muss man dann lang? Ah, ich hätte auch ein bisschen schneller sein können. Da muss man auch mal ehrlich sein. Liebes, da geht's schon unter. Und man kann erst jetzt die Kontrolle übernehmen. So, ich geh jetzt mal hier lang und dann weiter hier. Genau, ist auch okay so. Ah, so und dann sind wir hier. Ja. Makes sense. Macht Sense. Ähm. So. Und jetzt? Das ist ein bisschen Arsch, ne? Okay. Haben wir denn alle? Ich habe mir das Gefühl, nein. Da fehlt doch was. Da ist noch eins. Ah, das ist ja erst nochmal vier. Und sonst habe ich eigentlich gar keines mehr gesehen. Also irgendwo muss ich gerade eins vergessen. Na, noch. Haben wir das da oben gehabt? Eigentlich muss doch hier so noch was sein, oder? Aber hier ist nichts. So, der. Da ist noch ein dritter. Und vier. Wo ist noch mal fünf? Ah, da. Ich habe es gefunden. Oh nein. Was? Hier bleibt es stehen? Oh, wie unfair. Na genau, da kommt man ja nicht mehr hin. Okay, also man muss das auch rechtzeitig putt machen, ha? Ja, die haben ja Spaß hier im Leben, wa? So schnell dahin. Nein. Das kann mir jetzt gar nicht erlauben, tatsächlich, mein Freund. Äh, kann ich so? Ja, perfekt. So kann man machen. Und dann hat man ja ordentlich Zeit. Hier können wir uns richtig Zeit lassen. Nein, das vielleicht jetzt nicht, aber... Ähm. Oh. Naja. Da. Da. Okay. Ja, da habe ich... Aber so kommt man da gut hoch. So kommt man da gut hoch. Und dann, ähm... Ja, da hat man ja auch schon die halbe Miete fast, ne? Gut hochkommen ist die halbe Miete. Ähm, alter. Ja, lol, Digga. Ja. Komm, fuck it. Fuck it. Hat nicht geklappt, sind wir ehrlich. Hat nicht geklappt. Ist okay. Ja, ich meine, es sieht natürlich besser aus jetzt, aber auch nicht... Perfekt. Alter. Ja, wie soll... Hä, wie soll ich denn so schnell da hochkommen? Ich muss ja einmal um die ganze Insel rum irgendwie, oder geht das andersrum? Kann man einmal andersrum hoch? Weil das ist ja unmöglich da in dem Moment. Das geht ja viel zu schnell. Aber der Rest war gut, würde ich behaupten. Ja, du Arschgesicht. Junge, geh doch da hoch einfach. Du bist ja ein ganz normaler Junge. Du bist ja ein ganz normaler Junge. Ja, nur weil du Mario bist. Okay. Okay, da kommt man vielleicht hoch. Keine Ahnung. Ja, das soll aber... Da soll... Okay, so kommt man da ganz gut hoch. Da muss man dann nicht ganz außen rum gehen. Bin mir sicher, das ist der Weg, wie man ihn einschlagen soll. So. Jetzt doch ziemlich viel Zeit. Ich hoffe mal, dass das passt. So, jetzt ist... Ja. Okay, 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 okay. Genau. Genau. Boah, ich wusste es. Ich wusste, dass das passiert. Nice. Aber so geht's. Und jetzt... Ja. Treffen wir uns das nächste Mal, wenn ich wieder an genau dieser Stelle bin, ne? Ich habe jetzt gesehen, wie es funktioniert. Okay. Okay, 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 okay. Ist nur die Frage. Okay. 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 Ja, wie genau nehme ich jetzt an diesen Stern ran? Please? Okay, das war jetzt dumm. Och, Mann! Gott, wie beschissen ist das denn? Aber das ist eine lustige Idee. Digga, kann dieser Huchensohn da weggehen? Ja, ich kriege den jetzt nicht, weil dieser Huchensohn da ist. Oder doch, ich kriege ihn! Ich habe ihn. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich den jetzt noch kriege. Ich dachte, er ist zu weit weg. Okay, cool. Muss ich das nie wieder tun? Das ist schön. Gut zu wissen. Boah. Ohne Spaß, ey. Was ein Bullshit. Okay. Nein, war cool. Das war ein cooler Stern. Der war nice. Ey, Leute. Gumeluma. Oh nein. Wie süß. Okay. Wenn wir den jetzt noch mit Gumeluma haben, dann ist natürlich schwierig. Na, Risiko. Ich schaue es mir mal an. Aber das könnte richtig eklig schöner werden. Weil, wenn das der ist, von dem ich denke, dass er es ist und er wird es wohl sein, dann müssen wir wahrscheinlich wieder das ganze Level machen. Und dazu zählt halt auch dieser eine beschissene Sprung. Ja, Gott im Himmel, ey. Das wird super. Ich freue mich drauf. Kann ich auf. Ich zeige jetzt nicht so viel davon. Das ist das gleiche Level. Bloß, dass ich halt bei diesem blöden Stern da mich nicht treffen lassen darf. Also, toll. Ach, nervig. Sehr, sehr nervig. Hier. Das hier ist jetzt der eigentlich beschissene Part, weil man sich halt überhaupt nicht treffen darf. So. Wenn man das hat hier. Ja, mein Gott, ey. War so lang. Ja. Viel Spaß. Bitte, bitte, bitte. Ja. Danke sehr. Jetzt muss ich immer noch... Ach, das muss auch noch... Ach, das ist ja auch noch da. Okay. Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann so auf die Nerven geht, dass man da auch Schiss vorkriegt und dann irgendwie ein bisschen struggelt. Kann ich mir vorstellen. Okay. Der Kampf ist ja jetzt natürlich besonders, ne? Aber... Huch. So. Taktik ist ja an sich klar. Kann ich hier so rauf. Genau. Er bewegt sich ja so... Na, shit. Warte, kann ich so machen? Nee, geht nicht. Okay, wieder zurück. Ist okay. Na, komm. Ja, danke sehr. So, das war Versuch Nummer eins. Jetzt sind wir uns eigentlich genau gleich. Nein! Als ob! Oh, jetzt hat er mich zurückgestoßen. Das ist ja bescheuert, ey. Er hätte mich nicht zurückgestoßen, wäre das natürlich nicht passiert. Ja. Naja, Nummer eins haben wir. Nein. Egal. Wir machen es nochmal. Ist egal. Ja. Waaah! Okay. Ich konnte... Also, da kam ich nicht runter. Sorry. Das ging nicht. Ja. Schön, schön spielen. Schön spielen. Was? Ja. Okay. Ich habe es jetzt sogar... Oh nein. Oh nein. Nein, oh Mann. Muss das dann genau der Moment sein. Warum hast du keinen Long Jump gemacht? Er hätte einfach einen Long Jump machen müssen. Er hätte wirklich einfach nur einen Long Jump machen müssen. Dann wäre ich da raus gewesen. Junge, dieses Spiel fuckt mich so ab heute. Ist unglaublich. Ist so eine Drecksmission. So geil. Cool. Ich habe Spaß, habe ich. Spaß! Ey, ich hoffe echt, es gibt keine Risikokometen mehr. Nachdem hier... Ich hoffe so hart, dass es der letzte war. Ich habe keine Ahnung, aber alles ist besser. Ich meine, man muss ja sagen, er stellt sich doch relativ lieb hin, wenigstens. Also... Ja. Ja. Sehr schön. Danke. Ach. Ich war schon wieder so geladen, ey. Der Stern regt mich so sehr. Er hat mich so aufgeregt. Ja, ist gut. Jetzt... Jetzt ist alles gut. Okay. Schön. Ah, ey. Was ein Drecksstern das war. Okay. Aber wir haben es geschafft. Ich glaube, damit haben wir die Kompletto. Kompletto, Fazzo, Mazzo. Und ja, schön. Können wir beim nächsten Mal Feuereruptionen machen. Irgendwie ein mysteriöser Kreis. Und vielleicht noch die Gummiedings. Gott, ich hoffe, es hat euch gefallen. Boah, war das ätzend. Ich habe es gehasst. Was eine dreckige Scheiß-Mission, ey. So. Nervig bis ins inendliche. Wie viel willst du? Letz' dir mal. 1.600, also wir... Okay. Ja, dann... Dann ist das aus der Gleichung raus. Okay. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ja. Ciao, bitte. Junge.